Ich bin gleich wieder da. Ja, ich muss auch mal ganz kurz vorhin. Da bin ich wohl wieder mal der Alleinunterhalter. Und da war Darya gerade, das kann ja riechen. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Der eine geht, der andere kommt. Genau, das hatte ich auch gerade. Aber die beiden sind gegangen, um wieder zu sein. So, ich will immer Fallout sagen. Nein, das ist nicht Fallout. Fallout hat auch einen Multiplayer-Titel, aber der soll nicht so ganz so gut sein. Okay. Fallout 76, so heißt der Multiplayer-Titel. Der kam aber nicht ganz so gut an. Nicht? Nö, weil das Problem ist, es gab halt keine Questgeber zum Beispiel. Es gab keine NPCs, außer mal halt die Gegner. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, aber es war... Also einmal abbrechen. Ja, einmal abbrechen. Es war nicht gut angekommen, darüber hinaus. Ach, da kann ich Spiele einladen. Okay. Äh, einladen, einladen, einladen. Und da bin ich. Hallo. Hallo. So. Bin ich jetzt schon... Bin ich jetzt bei dir? Werde ich jetzt... Das müssen wir nur noch auf die... Ich war mal der Samurai zwischen zwei Tiertypen. Find ich witzig. Oh. Ihr alle seid irgendwelche Tiere, ich bin Samurai. Ach, man kann sich verändern? Ja. Man kann seine... sich einpassen, wieso? Ich dachte, das geht automatisch. Nee. Oh. Ach so. Äh, Fallout 76 ist inzwischen ein sehr gutes Spiel geworden, sagt Daddl. Ja, ich hab nur gehört, am Anfang soll's halt nicht ganz so toll gewesen sein. Äh, musst du stark bearbeitet werden. So. Gibt es auch NPCs. Gibt es auch NPCs. Oh nein. Ah. Es ist auf jeden Fall auf meiner Wunschliste, aber... Ja, mal gucken. Ich hab dich schon eingeladen. Ja, ja. Ich weiß. Das ist das erste Mal, dass wir mit voller Gruppenbesetzung spielen, ne? Stimmt. Echt? Man kann, glaube ich, nur zu viert spielen. Das ist maximal Anforderung. Nice. Ich würde sagen, darauf ein Hörner-Whisky. Darauf trinke ich erstmal meine Cola. Mischbier. Sio, du bist raus. Oh. Pink and Pink Fluffy Unicorn. Pink Fluffy Unicorn. Dancing on Rainbows. Dancing on Rainbows. Da bin ich. Wie das da aussieht, ey. Vor allem, ich strahle so ein bisschen, ne? Genau. Wie geht in die Steuerung? Äh, ich kannste dir nicht sagen, ich habe einen Controller. W, A, S, D und rechte und linke Maustaste, glaube ich. Glaube ich halt mal. Und der Taste. Mit der Taste? Doch, ich glaube, der Taste ist springen. Und dann war doch irgendwas mit Festzeiten. Shift oder so, was? Ne, ach, das war linke Maustaste. Ja, das kannst du aber auch mit der Maustaste machen, ja. Stimmt. Du kannst es, glaube ich, auch per Shift machen, aber, äh, ja. Ja. Komm schon. Wir fallen ganz schön tief. Ja. Ich gehe nochmal kurz aufs Klo. Moment. Bis. Bis. Okay, es fehlen noch zwei Spieler. Einer. Jetzt noch einer. Jetzt keiner. Oh, das ist gut. Torhunger. Ja. Jetzt habe ich Hunger auf Tore. Ob wenn ein Tor fällt, ob wenn ein Tor fällt. Diesen Hunger soll ich dir für das Finale aufsparen. Da komme ich eh nicht rein. Beziehungsweise, ich komme eh nicht. Nein. Das hier im Finale. Achso. Das ist mir egal. Da werden hoffentlich einige Tore fallen. Das ist mir egal. Ja, Deutschland ist groß. Ja, Deutschland ist groß. Wären wir zumindest, äh, ins, ne, ins Finale gekommen, dann hätte ich gesagt, okay. Tatsächlich hätte ich, dass ich dann heute auch gucke und ich... Das hätte ich mir dann... Ey. Du kannst... Ich darf nicht beleidigen. Ja. Mach doch. Achso. Ich... Nein, ich darf... Das, was ich sagen will, darf ich nicht sagen. Sollst du... Ich weiß, was du sagen willst. Ich weiß. Kaya weißt es. Bitte sag es jetzt. Piep. Ja. Hab ich gerade gesagt. Ja. Piep. Piep. Ihr blöden Pieps. Und nochmal Piep. Oh, du Schnitzel. Und... Was? Schnitzel? Hey, ich bin hier der Schnitzel-Typ. Nein. Ja, nein. Yes, geschafft. Ich hab's endlich mal über die erste Runde geschafft. Nio, machst du eigentlich original Wiener Schnitzel oder nur Schnitzel Wiener Art? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ich bin drüben. Vorgina, Wind... Winterschnitzel? Vina, Sina. Mobi-Kotz, wie geil! Ja, der eine hat einen... Mobi-Kotz. Mobi-Kotz, netto. Ja, gemein. Der eine hat aber mal einen Among Us Skin. Der neben mir steht, hat einen Among Us Skin. Stimmt. Stimmt. Amogus. Gibt's zwei mit Among Us. Oh, Among Us. Boah, Among Us hat sich ja richtig verändert, ne? Vorgestern, ne? Haben wir gezockt, oder? Ja, vorgestern. Das hat sich so verändert. Ja. Ja. Also, ich... Wer ist weitergekommen? Alle. Ich glaube, alle, oder? Also, ich bin weiter. Nee, ich nicht. Das habe ich vorhin gespielt. Das ist interessant. Es gibt so Anti-Gravitation-Zonen in den Spiel. In den Kurs, wo man schwebt. Ah, okay. Ja, ja, doch. Kennt man. Also, die Strecke kenn ich, glaube ich. Die Strecke kennen wir, ja. Die hatten wir schon mal. Ja. Und manche von diesen Sachen sind echt ein bisschen... Ich bin dann schon mal raus. Ich bin dann schon mal raus. Ah, nicht zwangsweise. Doch. Jetzt schreit. Ich schaff das nicht. Oh, je. Na, geschafft. Hi, Adaria. Hi. Ah, scheiße. Was ist das denn? Ah, come on. Nein. Das war daneben. Er sagt, wenn sie wieder so rum rum rum, ey. Nein. Adaria ist nicht mehr. Ich dachte, die Unicorns, dancing on rainbows. Ah, nein. Sie schafft es auch nicht. Ach, halt doch den Sattel, ey. Ah, du schaffst es doch selber nicht. Ja, dann war Leute. Ja, das ist jetzt witzig mit denen. Da fällt sogar der Hund. Sina. Nein. Dina ist deiner Meinung. Ich schaff es nicht hin. Ah, geschafft. Ich schaff es nicht hin. Ich schaff es nochmal. Ah, komm schon. Warum springst du nicht, du scheiße Fidget Spinner? Also, ich hab's geschafft. Mal screw it. Das sieht so geil aus. Ich versuche nachzukommen. Nein. Ich versuche erst mal überhaupt hier rauszukommen. Okay. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Nee, jetzt. Kann man nicht. Slow and steady wins the race, wie man das schon sagt. Nein. Ah, come on. Was ist das? Fahren wir schon disqualifiziert, meinte ich. Ah, come on. Isifiziert. Bring. Nein. Nein. Komm drauf, du Penner. Juhu. Ah. Geh weg. Geh weg. I did it. Zweitens wird qualifiziert. Wie geil. Das ist Rollsteller Unicorn, meine Damen und Herren. Nein. Nein. Die Kommentare von den Jugendlichen befitzen mich gleich vor Lachen. Ja, die sind cool, ne? Ich bin der Letzte unserer Art. Der Letzte unserer Art. Ja, dann schauen wir doch mal Team. Äh, 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 äh. Ich mach euch Scholz. Ich mach euch Scholz. Knapp. Alter, du würdest jetzt zurückkehren. Jünge! Mach dich nur ein, ne? Okay, das ist Hoverboard. Das kenn ich noch gar nicht. Hm. Ist das kenn ich auch nicht. Fall nicht von Hoverboard und überlebe bis zum Schluss. Okay? Na, hast du dich ausgebellt? Was war da im Hausflor? Wuff, wuff. Imaginäre Katze oder so? Ach doch, das kenn ich. Wir sind alle verloren. Okay. Du musst auf diesem Brett bleiben. Ja, okay. Das hab ich verstanden. Und, äh, du musst dann halt immer mal wieder springen und dann Sachen ausweichen. Du darfst nicht von diesem Brett runter. Okay, du musst lecken, schlucken, beißen. Oh Gott. Lecken, schlucken, beißen. Aber wo ist denn das Brett? Du bist auf dem Brett drauf. Äh, Brett drauf. Oh, wo rät der hin? Nein, genau. Oh. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Gut zurück. Schnitzel. Hab doch mal ein bisschen Nachsicht. Guck mal, der hat noch ein Auge, Mann. Das ist doch ein Ninja. Oh, Himmelschen, ey. Der sieht ja was aus wie... 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 Ey, das ist wie Takeshi Skasee vor Endegano. Ein Samurai, ey. Genau. Genau. Genau, dat ist das. Das kennt ihr gar nicht mehr, Takeshi Skasee. Doch, doch. Ich kenn Takeshi Skasee. Ich kenn Takeshi Skasee. Dich auch. Autsch. Autsch. Das hab ich früher sogar echt klein geguckt. Ja, ich auch. Es gab... Es gab... Es gab davon auch... Auf Super RTL damals gab's davon auch ne Piratenversion. Was einfach nur herrlich teamlich war. Ja. Ich liebe dieses Spiel. Die Serie war mega. Ja, oder? Komm schon. Jetzt. Das war super, ja. Wie gesagt, es gab davon auch ne Piratenversion. Die fand ich echt cool. Der Takeshi, was machst du da? Der Takeshi? Du schaffst es! Nein! Nee, dazu hätte er aber auf dem Brett lernen müssen. Ja, er hat so kurz gespringt. Nee, ich hab die Tasten fürs Festhalten verwechselt. Ah, was soll's. So, jetzt mal wieder zum Hausmenü. Ich hab's mal weiter geschafft als alle anderen, also. Ja. Ja, gut, du hast ja auch noch ein Auge, ne? Du hast ja auch noch ein Auge, ne? Du bist an den Herzen heute. Tja, kein Herz ist versaut. Ich hab euch entehrt. Ich werde jetzt mein Samurai Schwert nehmen und diesen Schuld begleichen. Ja, also du bringst es selber um. Genau, das meine ich damit. Es gibt noch ne Runde jetzt? Nee, du musst auf Beenden gehen. Ah, äh. Du warst im Zuschauer-Modus. Wer ist? Ey, Frischus bist du das? Shetty Ma-Meme? Ja, das ist Frischus. Shetty Master Meme. Das ist das Name, yo. Shetty Master Meme. Meme. Er ist der Shetty und er ist ein Master-Meme. Und Herzchen-Boxer-Schau. Ich wollte es ruhig sein. Geil! Geil! Er ist ein Pink-Fluffy-Unicorn. Ja. Und ich hab rosa Herzchen auf meiner Unterbett. Und sogar Flügelchen. Und Ballerina-Schuhe. Jo. Ich hab Flügelchen. Also stylisch bist du. Ja, äh. Dann fliegen wir mal. Weißt du, wenn du Flügelchen hast? Das ist fett. Das sind die. Wieso fellst du dann eigentlich? Weil du Flügelchen hast? Ja. Weil ich zu fett bin. Genau. Das ist Deko. Fett ist D oder was? Das ist Deko. Deko. Teko. Kampi Monster. Sie sind einfach zu fett. Ja. Fetti, fetti, fett. Das hat mir mein Hausarrtschluss ja auch gesagt. Jo. Sie sind einfach zu fett. Das hat mir mein Vater die ganze Zeit gesagt. Eh? Ey Rein. Nicht mich töten. also ich wäre dafür wer ist dafür nur ein kleines stecken da in dir hast ja damit kann ich den kopf von deinen schultern trennen und schon wieder zur hunger das sollten wir doch gerade als erstes auch hat mir gerade das ist das schon wieder das sollten wir hinkriegen das schaffe ich nicht nicht in deinem träum denn das war ich jetzt gibt es immer ein zoom genau und dann kein regen mehr fällt kein regen mehr warum heißt das eigentlich vollgeist schon mal die messer von messerblock holen unschuldig pfeifen das messer scharf okay let's go brauchen wir mal ein dingens hier wie heißen das dingens eine wichtige controller ich denke die ganze zeit was hier so vibriert du hast kein könnt du wüsstest nicht dass die kontrolle ist ne der vibriert hier dauernd jetzt geht das ding hier nicht auf ich glaube wir haben das sind wir hatten gerade dasselbe problem nein komm schon durch geht durch du penner guckt sie gerade zu wie es geschafft und gar nicht und ich war wir haben es geschafft wir beide ja das ist ja gesagt irgendwie der amorten skin kriegt man mit amorten ist gratis oder nee das habe ich nicht gesagt weil ich das falsch verstanden ich habe angst ich muss unbedingt mein männchen ändern ich muss unbedingt machen das ich bin froh wenn ich einfach nur die erste runde schaffen das ist cool das ist der classic mein freund ja leckst mich doch am arsch das kenne ich noch gar nicht doch echt nicht bist du weiter wer wer bei kaya weiß dass er nicht weiter ist und das röckchen an mein flöckchen nein jetzt kommst du geschnallt ja jetzt kommst du geschnallt leute ich auch gleich rein wieso guck ich den zio zu wo ist ein id da id die sagst du eigentlich nur eins weil ich frisches bist du auch raus weil sie es mal geschafft hast die mappe ist das doch die mappe kenne ich auch die mappe den kurs whatever da sind da sind doch auch irgendwo ventilatoren glaube ich genau da kommen wir gleich hin ich finde das ich finde das echt funny so alle voll bunt und idaria so im strahlenden gelb raus aus der masse ja ich bin halt des wunders ja du bist das ganz besonderes seit aria ja ich bin eine kälte samtpfote ja du bist also eine löwen ja ein lannister okay ein lannister und vorsicht ist es ist aus game of thrones geschafft tatsächlich habe ich die serie nur gesehen warum ich mein bruder dazu bin geschafft ich habe ich habe am ende tatsächlich geschafft jetzt auch geschafft der schnuppert wenn wir schnuppert an meinen häuschen ich habe eine sehr schöne farbe komm her los ich denke du strahlst ja musst du dich waschen musst du dich waschen wenn du stinkst das ist ja nass jetzt bin ich mal gespannt was was mit wasser so an sich das ist interessant so let's take a look what will ein ganz ein feiner abschweifen abschweifen abscheißen abschweifen ich hab doch meine brille nicht auf ich hör das doch nicht dafür dass du einen schweif hast so während wenn die zeit abläuft habe ich erst mal das ist das nicht wie dieses verhexen ja quasi ich habe zwei ja das hast du ich habe einen schwanz wenn ich stinke denn sonst sage ich schon die nächste schlampe für mich frei das ist damals wie das ist damals viel von kumpel der 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 onkel der war in thailand und hat den lady die bone dead gold weil er einen größeren hatte also von daher falsch ne gib mir meinen schwanz ja ey ich hab meinen schwanz du arsch gib meinen schwanz wieder ich hab hier einen schwanz ich werde dir deinen schwanz nie geben du verdienst deinen schwanz nicht jetzt hab ich wieder einen schwanz verdienst hat ich habe nicht er war der klar Wenn ich sage... Ja gut, Leute, nein. Nein. Yes! Ich habe ein Nare hier gesiegt. Äh... 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 Ich habe dafür gesorgt, dass halt Saria... Meine Freundin sagt immer einen kleinen... Hm, Sarvi ist nicht schlimm. Mir wäre das lieber, sie hätte gar keinen. Boah. Okay, das war ein schlechter Witz. Ey komm, der war gut. Der war gut. Leute, Stevie, du bist mein Mann. Der war gut. Was hast du denn eigentlich in der Hose, Stevie? Basketball. NEH... Arbeite zusammen. Ball mitnehmen. Ne, gib mir einen Ball! I won't some ball! Was hat denn jetzt schon wieder. Balli, Ball, Ball Also müssen wir den Ball ins andere Kursmo machen Stell deine Frage an, ist Sio nochmal Ne, das war unter der Gürtellinie Was war die Frage? Naja, was er so in der Hose hat Du hast Steven gesagt, nicht Sio Wieso Sio? Hä? Wer redet denn von Sio gerade? Hä? Du hast doch gesagt, stell die Frage nochmal Die du Sio fragen wolltest Nein, es ist die Wio, hab ich gesagt Die Wio? Ja Nicht Sio Machen Sie die Sache Kommen wir denn da hin? Gerade nix, aber keine Ahnung Ha, komm schon Tor gemacht Ball, Korb, whatever You know what I mean You know what I mean Hoppala Ey, das war mein Ball Wo ist er jetzt hin? Ich dachte, wir hätten die Weile hinter uns gelassen In Gollfit Du bist gelbes Team Ah, okay Ich bin ein blaues Team Achso, weil du auch ein gelbes Team I'm blue Double D, Double Die Double Die Double Die Ach, das ist ein bisschen blau Ja, logisch Okay Double Die, Double Die Ich bin auch nicht mal blau Ja Oh yeah Oh yeah Also, dass du blau bist, glaube ich dir auch sofort Hey Meins Komm, gib her Meins, 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 meins Auch für meinen Ball wegzuklauen Meins, meins, meins Gebt mir den Ball zurück Oh, ich glaube, ihr gewinnt Ja, glaube ich auch Ich glaube, ihr gewinnt Ja, glaube ich auch Glaube ich auch Hä Bye, bye, bye Ball, 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 ball Mann, heute habe ich echt einen Lauf Ist das im Finale jetzt? Ich glaube schon Banana Die haben wir Final Ball, ball Ball, ball, ball Ball Okay, wir haben sieben übrig Könnte Finale sein Höchstwahrscheinlich Ring, 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 ring Banana, brown Ball, ball, ball Ball, 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 ball So, mal sehen Womit sie mich jetzt quälen Ball, 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 ball Baller Oh, Bergspitze Ball, ball, ball Ball, ball, ball Ball, ball, ball Warum ist er eigentlich Feier so ruhig? Okay, das kennen wir Äh, ich höre dir zu, wie du singst Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, you Bye, me together Bye, me Und jetzt Jetzt soll jedes Wort Bye sein Bye, bye Bye, bye, bye Wir haben auf jeden Fall viele Bälle Bye, 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 bye Bye, bye, bye Es war wunderschön Ja Und Ball So, jetzt aber Oh, sieben Strände Ich trenne dich mal ein bisschen Sehr viele Bälle Leute, komm auf mich zu Das gefällt mir Streng dich doch mal an Du musst für die Gruppe gewinnen Aber du bist letzter Das heißt noch gar nichts Doch, guck doch mal Ja, die sind schon alle da Das heißt noch gar nichts Die sind da Noch hat sich Noch hat sich okay In dem Moment, wo es Ja Kann man nichts machen, ne? Aber du hast es sehr weit geschafft Ja, wollt grad sagen In die Finale Komm ich jetzt hier wieder aus? Ich hab Disco Kugeln Ah ne, Disco Kugeln Hab ich bekommen Wie cool Dass ich jetzt nur die Schuhe bekommen Weil das unsichtbar war Du bist ja auch der Still Charging Planet Warte mal Jetzt muss ich einmal gucken Also ich wollte mich ja ändern Hier vom Aussehen her Ich werde noch umgebracht Heute Naja, stimmt, ja Was? Disco Kugeln, wo war das? Oh, mir verkert Meine Waschaufgeln Ist das stimmt Das sind einfach noch Schuhe Ich werde jetzt mal aufhängen, ey Ups Mir gefällt die neue Musik Ja, hat was Techno Remix, yo Yo Hallo Oh Oh Arr Tschüss Warte Und Aldari hat eine Schwimmschor Warte Warte Ich bin noch nicht fertig Warte So Ich hoffe mal, dass jetzt kein Torhunger bekommt Du bist ja ein Pomis Weil ansonsten sei Daria Ähm Was ist das Spiel los? Deutschland Äh, England Gegen deutsche Spanien da Italiener Sie ist mit das Spiel los? Keine Ahnung Pommes I love it Ja Es gibt eine geile Aus Pommes Guck mal kurz EM Finale Ja Du bist eine Frittentüte Ja, geil, oder? Richtig geil EM Finale So 2021 Finale Finale Heute 21 Uhr Genau, wenn ich fertig bin Im Finale 21 Uhr Du bist schon seit Jahren fertig Das ist doch kein Scheiß Ich bin auch schon seit 29 Jahren fertig Oh, natürlich Torhunger Du bist seit 24-35 Jahren Oh, Hunger Was ist das denn? Kenn ich gar nicht Was meinst du? Naja, du bist älter als 29 Jahren Also Ist gar nicht wahr Wer sagt das denn? Meine Mutter hat mir das verraten Okay, Torhunger Meine Damen Hätte ich ihr das auch nie gesagt Ey, Mann Ja, hier zu Hause Das ist das dritte Mal Torhunger Deine Mutter ist auch kein Verlass Die verrät ihr alles Ich bin eine Fommemiss Ich bin eine Fommemiss Ich bin eine Fommemiss Du kannst aber auch nicht sagen Ich bin eine Fommemiss Hallo, wie alt bist du denn? 25, 26 25 Ne, du bist 25 Ja, ich werde 25 Ja, und ich werde 30 Du bist schon über 30 Und ich bin 26 Ist doch gar nicht wahrlich Natürlich Das weißt du doch gar nicht Natürlich Ja, selber Jammer, ich habe hart gebumst gerade Was? Nein Scheiße Am Ding So, jetzt aber vielleicht schaffe ich es noch Ja Nein Komm schon Nein Naja, das brauche ich mir nicht Verdammte Kacke Ich war letzter Habt ihr es geschafft? Nö Nö Also ich Bin ich der Einzige? Nö Ja Ja Jetzt bist du mal der Einzige Scheiße Und ich kann das nicht Sie haben das alle unschuldig Und dann ist nur noch die Frage Wie wir den Schaden ausschmücken IVLP, du hast es auch nicht geschafft? Red ich spanisch oder italienisch Natürlich Wenn ich sage, ich habe es nicht geschafft Dann habe ich es nicht geschafft Und ich muss mal Peppi Ich habe es nicht gehört Entschuldigung Deswegen habe ich nochmal gefragt Ja, dann musst du mal deine Brille aufsetzen Dann hörst du besser Ja, ich setze gleich meine Brille auf Und mache den Fernseher Für mich eigentlich würde ich euch das zu höhere Also, Kaya ist am ältesten Ja, und dann gucke ich Kaya ist am ältesten Dann kommt, glaube ich, Frischers Kaya hat die vier vorne Ich die drei vorne Die beiden anderen die zwei vorne Ja Oh ja, mach das mal Das ist scheiße Oh, das ist cool Das ist cool Das finde ich geil Und dieser Hechtsprung nochmal X Äh, Leertaste Spring und Leertaste Ne? Ne? Doch, ne? Oder? Ich weiß nicht, ich spiele mit Controller Also, ich weiß, dass es auf den Xbox Controller mit X geht Ja, aber Frischers zockt ja über Tastatur auch Ich hätte da sein Controller Nee Nee, sie zockt Mach mal Leertaste beim Springen Ich springe nur mit Leertaste Nee, dann nochmal, glaube ich Ich habe keine Ahnung Oder Linke Maus hast du beim Springen Vielleicht Shift oder so Ja, ich glaube ich auch Shift Keine Ahnung jetzt Das könnte ich mir vorstellen Scheiße Nein Nee Shift geht auch nicht Hast du ja auch noch, wie es geht? Weiß ich nicht Steuerung Ja Also, das Trick Oh, jetzt Ich hätte es gewonnen gehabt Ich wäre Meister gewesen Ich hätte jetzt gewonnen gehabt Ja, ich Dem sein gewonnen Ach so, im VLP Sag doch nicht immer, dass ich hier der Älteste bin Das stimmt doch gar nicht Das stimmt Du bist alt Du kommst du nicht mit deinem Alter klar Du bist alt Hallo, ich habe meine Midlife Crisis noch nicht Doch, hast du, weil du kommst mit deinem Alter nicht klar Hallo, ich spiele immer Crisis Core Verstehst du? Falsche Taste Aber bei Crisis Core geht es doch immer um Krisen Wenn du mit deinem Alter klarkommen wirst, würdest du dich nicht jünger machen als du bist Nein, ich bin keine 29 Ich komme immer Alter sehr gut klar, ja? Ja, deswegen hattest du dich auch für 29 Ich halte mich nicht für 29 Ich sage es so gerne, weil es halt nicht stimmt Du musst das denn gerne? Habt ihr zuerst gehört? Ja Bei Daria bis Diggi, meine Damen und Herren Für seinen Und nenn den Alt Ja, sind wir denn alle hier Was ist Diggi? Du bist der Älteste, Herr Schuss Ja, ich weiß Ja, nein, weil das gerade gefragt wurde Ich habe es weiter geschafft Ich habe es weiter geschafft Der Kugel Ich bin ja so weiter mit euch in der nächsten Runde Den braucht ihr nicht so lange warten, dachte ich Ich bin älter im Hörer Ja, ist da Scheiße So, nobody's surprise Ich bin 33 Wer ist 33? Iron 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 Cool Jemand im Chat Wer, 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 wer Sind wir doch in einem Alter Hallo Wie gesagt, ich bin Ah, ich bin aufgestiegen Ich habe rumbekommen Was? Was hast du? 1000 rum Das ist rum Ruhm Mit Haar Ja, ich bin doch Ich bin doch hier Captain Jack Speck Jero Warum der rum? Why is it gone? Nein, sie ist ein Hamburger Captain Hicklow Captain Hicklow ist besser als Captain Jack Sparrow Warte mal Oh, die beiden sollten nicht gegeneinander antreten Das wird ein ganz reiches Das wird ein ganz echtes Duell Captain, äh, ich meine Captain Hicklow kann Captain Jack Sparrow's Stell mir gerade vor, wie er Ein Schwert benutzt Aus Fischhebeln Ja, ich wollte gerade sagen Captain Nibur Fischhebeln Glaube ich Aber Captain Jack Sparrow hat ein Glas voll Dreck Ich hab ein Glas voll Dreck Ich hab ein Glas voll Dreck Ratsch ist nicht dein Ernst Hä? Ein Outfit Nein Oh Gott Er erinnert sich an seine gescheiterte Karriere als Balletttänzer Kann er jetzt hier nachholen Aber ey mal, am besten ist immer noch Frau Öl P Sie ist einfach ein fucking Hamburger Ja Ich bin da Scherz Hä? 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 Du machst dein Team Genau Ich hab ein Gürtchen auf dem Kopf Ich hab ein Gürtchen auf dem Kopf Du hast ein Gürtchen auf dem Kopf, du bist ein Hamburger 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 macht schön Echt? Guck mal, die ist sogar angepinnt Ja, voll geil Und noch Maudoroga Okay, langsam wird's langweilig Okay, wir schaffen's eh nicht Also von daher Schaff ich Ich hab's schon mehrmals geschafft Ich hab's eben geschafft Das kann ich mal schaffen Frisches, du musst uns den Arsch retten Ich hoffe, das geht dir auch gut Also, mir, uns geht's glaub ich ganz gut Äh, ja Am Wochenende haben wir gut verlebt Ich hoffe, du auch Und äh, ich bin ein Hamburger Mit einem Gürtchen auf dem Kopf Mit einem Gürtchen auf dem Kopf Oh, das ist eine Disco-Kugel vor mir Ich will die Disco-Kugel haben Ein fetter Sonic, was ist das denn? Ich will die Disco-Kugel Ich brauch sie in meinem Leben Hey, hör auf ihn fett zu schämen Ja, ich bin selber fett Ich darf das sagen Nein Also ist das so, wie wenn man einen Homosexuellen Schwulen nennt, wenn man selber schwul ist? Das weiß ich nicht Egal, ich hab keine Ich kann dir nur fett sagen Fett schimpfen weiß aber Man darf das N-Wort benutzen, wenn man selber N Ah, ich werd das schon wieder nicht Jetzt geh auf, du Scheißding Negrophil? Ja, genau Äh, nein, das war nicht was, was ich wollte Eine Negroplastik Hey! Ich schaff es nicht! Nicht das N-Wort benutzen hier Ich war direkt davor und dann geht diese Tüte da auf Oh, ne! Wunde beendet Das ist nicht wahr Wer hat es geschafft? Ich nicht Das ist nicht wahr Ich nicht Wer hat es geschafft? Sind wir dabei? Ich nicht Ich war kurz vor der Teamlinie Ich auch Ich auch Und dann ging die Tüte hoch, du Niemand hat es geschafft Was sollen wir machen? Wir waren alle kurz davor Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wir waren alle kurz davor, es zu schaffen Ich kann nicht sagen, was wir machen Sondern am besten ein anderes Spiel spielen Ja, für dich kommt nachher noch Elf 14 Geil, oder? Wann lässt du eigentlich mal wieder Dings an? Herr der Ringe Äh, dann, wenn ich es mal geupdatet habe Scheiße, okay Ich wollte das eigentlich gestern machen Aber gestern waren wir nicht da Ich dachte, wir kommen früher nach Hause Ich war gestern auch nicht da Und, naja, dann habe ich das Update vergessen Ach, ja, Mist Naja, gut, okay Äh, wenn ihr es mal rausseinkommt Wenn wir einen Disney-Film schauen Auch wenn ihr toll seid Aber ihr seid ja kein Disney-Film Wir werden bald ein Disney-Film sein Okay, also ich weiß schon mal, wer die Prinzessin spielt Aber viel Spaß beim Disney-Schauen Ich hatte keine accessories Auf Wiedersehen Ich bin ja noch nicht Ich habe ein Thema Hallo, ich habe einen Ontfall Ich bin ja hier Ich bin ja hier Und dann, teíren, ich bin ja hier Ich bin ja, hier Ich bin ja hier